Ja und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray und ihr seht mich mit Facecam. Ja, tatsächlich mal ein Let's Play mit Facecam bei The Crew 1, beim Vorgänger, habe ich ja bereits das Ganze schon mit Facecam Let's Played und ich wollte natürlich diese Tradition fortfahren, auch wenn The Crew 1 unter keinem guten Umstand, das muss man schon mal sagen, ich habe mich mit dem Let's Play damals nicht beendet, weil ich nicht so glücklich war mit dem Spiel, aber um das gleich schon mal vorwegzunehmen, dieses Let's Play, das wird glaube ich knallhart durchgezogen, weil ich habe die Closed Beta gespielt, ich habe die Open Beta gespielt und ich war begeistert. Mir hat es mega viel Spaß gemacht und vor allem haben wir auch viele Streams gemacht und da hattet ihr auch mega Bock drauf und deswegen, ich freue mich drauf. Endlich geht's los, willkommen in der Motor Nation USA, das ist hier quasi das Motto des zweiten Teils und ich freue mich auf Let's Play und ich würde sagen, gar nicht so viel schnacken. Wir starten einfach ins Spiel, es steht hier fortfahren, ich denke aber trotzdem, dass ein neues Spiel startet. Wir werden es gleich wissen, ich mache mal mein hübsches Gesicht weg und wir machen einfach mal fortfahren. Okay, ich bleibe wieder da, so schnell geht's. Ja, wir dürfen uns natürlich einen Charakter auswählen, da gucken wir doch mal, was wir hier haben. Das sind glaube ich dieselben wie in der Beta und ihr seht auch oben null Follower, das müssen wir schleunigst ändern, ich muss ein paar mehr Follower haben, auf jeden Fall. Ähm, ja, gucken wir mal, die haben alle entweder ein Cappy auf, komisch, also er zieht ein Cappy auf, naja, oder halt so eine, so eine, äh, ja, so eine Mütze, keine Ahnung. Boah, ich weiß auch gar nicht, wen wir da nehmen, ja, es ist, äh, eigentlich ist es auch egal, mein Fahrzeug und ich sind eins, das finde ich, finde ich gutes Motto. Was haben wir denn noch hier? Wo du auch hingehst, du findest mich vor dir. Ja, okay, das ist eine Kampfansage, finde ich auch nicht schlecht. Äh, ich lebe dafür, glücklich bin ich nur im roten Bereich. Ja, gut, trifft nicht so ganz zu. Ich glaube, wir nehmen mal, wen nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen einfach den da, oder? Der ist ein bisschen dunkler Typ so, also so Haartyp und so weiter. Das passt schon zu mir, sieht jetzt nicht eins zu eins aus wie ich, na, aber ist egal, nehmen wir jetzt einfach mal und, äh, okay. Okay, Jungs, na los, beeilt euch, es geht bald weiter. Ah, Hiroyuki Kata. Hi, nenn mich Hiro. Schön, dich zu treffen. Ich dachte schon, du und dein Fahrer, ihr würdet es nicht schaffen. Ich bin von Life, der Firma, die dieses Rennen sponsert. Ich leite das Event. Komm mit mir. Nun, vielen Dank. Ich bin total begeistert. Danke für diese Chance. Keine Ursache. Wir suchen immer nach neuen Talenten und ihr passt da gut ins Schema. Ihr wisst das sicher schon, aber macht es richtig in diesem Rennen und euch öffnen sich viele Türen. Kapiert. Die enttäuschen dich nicht. Mich enttäuschen? Darum geht es hier gar nicht. Das ist eure Chance, Leute zu beeindrucken. Die Events meiner Firma sind die Eintrittskarte zu jeder Rennfamilie da draußen. Ihr wollt auch fahren, oder? Oh ja, das bedeutet uns wirklich viel. Wir haben unsere Rennen gestreamt, aber zwecklos. Ich glaub, niemand wartet auf Nobodies. Glaubt mir. Zeigt der Welt hier, was ihr drauf habt. Und ihr bekommt Follower. Ruckzuck. Wuppt das Rennen. Und eure Möglichkeiten. Und Followerzahlen. Explodieren. Wir tun unser Bestes. Hiro, mein Freund. Es geht nicht um euch. Ich will legendäres Draufgängert. Egal, ich muss los. Irgendein Rennen wartet auf mich. Dann viel Glück. Okay, vielen Dank. Es kann losgehen, Kumpel. Hals und Beinbruch. Brich dir von mir aus alles, was du hast. Nur fahr so gut wie immer und wir spielen bald in der großen Liga. Willkommen in der Stadt, die niemals schläft. In diesem Event wird New York von Rennfahrern übernommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das ist keine Stadt. Das ist ein Spielplatz für die besten Piloten und Fahrer von heute und morgen. Jo, da sind wir am Start. Wunderbar. Und das Tolle ist ja, dass ich eine Facecam habe, dass ich nicht nur immer sprechen muss, um meine Emotionen rüberzubringen. Da kann ich Freude und Ärger auch einfach hier wunderbar hier in die Cam zeigen. Und ich glaube, da wird es einige lustige Momente geben, wenn ich nämlich dann irgendwann mal vergesse, dass die Cam eigentlich an ist. Und dann ganz blöd gucke. Gerade, wenn ich konzentriert bin. So, ja. In The Crew 2 geht alles um Follower. Ja, das ist ja irgendwie, naja, ein komisches Ziel. Aber okay. Ich glaube, davon lassen wir uns nicht beeindrucken und haben einfach Spaß. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Und haben einfach Spaß. Oh, das war nicht so gut. Ja, jeder, der die Beta oder Alpha oder was auch immer gespielt hat, kennt natürlich das ganze Anfangsszenario schon. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was sich denn hier zu Beginn doch ein bisschen vielleicht im Hauptspiel unterscheidet. Ich meine, das ist Hauptspiel. Das Ding sollte jetzt flüssig laufen. Gut, es lief vorher schon gut flüssig, muss ich sagen. Ähm, vielleicht auch die Leute, die es interessiert, wie groß das Spiel ist. Also es ist 23 GB muss ich jetzt runterladen auf dem PC. Das heißt, es ist, glaube ich, 2 GB oder 1, 2 GB mehr gewesen, als tatsächlich die Beta oder die Alpha. Auf Alpha. Ja, Alpha war auch so groß. Also in dem her. Ja, aber jetzt wird es erstmal extreme. Und jetzt geht's mit dem Bötchen weiter. Also ich labere da mal ein bisschen drüber. Also jeder, der tatsächlich hier die Betas, Demos und so weiter nicht kennt, ja, der sieht es ja im Hintergrund. Deswegen labere ich ein bisschen drüber. Ich glaube, selbst auf der E3 vor einem Jahr haben sie genau dieses Eröffnungsevent gezeigt, mehrmals. Also deswegen, das hat man, glaube ich, noch und nöcher schon gespielt. Das ist nichts Neues. Aber das, was neu ist, da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. So, ja, beim Boden ist ja halt wichtig, dass man eben halt die Neigung verändern kann. Das seht ihr jetzt einfach hier so neben meinem Kopf. Das seht ihr hier, das ist nach unten neigend, das ist nach oben neigend. Da seht ihr, ich weiß nicht, wie man das neigen kann. Das kann man halt mit dem Controller mit dem linken Stick tun. Also mit dem man lenken kann man einfach den Stick, statt nach links und rechts, kann man den halt auch nach oben oder unten drücken. In dem Fall drücke ich ihn denn jetzt nach hinten. Ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Und dementsprechend kann ich das Boot nach hinten neigen. Damit hat man weniger Auflagefläche im Wasser und deswegen kann man ein bisschen besser drüber gleiten. Macht es natürlich nicht so wendig und man kommt nicht so gut um die Ecken. Aber dieses Rennen ist ja relativ, ja, mit wenig Kurven bestückt, deswegen sollte das kein Thema sein. Aber wir schauen mal. Ja, für die Leute, die sich fragen, warum ich schon heute eine Folge veröffentliche, ich habe mir die Gold Edition gekauft. Da durfte man schon ab heute ran. Für alle anderen geht es ja erst ab Freitag, ab dem 29. los, um das einfach auch nochmal zu klären. So, und jetzt geht es, ich denke, ins Flugzeug. Oh mein Gott, ins Flugzeug, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Nein, Spaß. Wir nehmen das jetzt ernst, ja. Ja, ich kann aber nicht ernst bleiben. Nicht bei dem Spiel. Aber, ähm, ja. Machen wir gleich mal hier ein bisschen Tricks, auch wenn man es gar nicht machen muss. Ui! Ui! Sondern auch jenseits der Strecke glänzen. Und natürlich in den sozialen Medien Präsenz zeigen. Es ist eine einfache Rechnung. Je mehr Follower man hat, desto mehr kommen hinzu. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schare Fans um dich und die Verträge flattern herein. Anders gesagt, einem Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Ihr werdet sie großartig nennen. Und ist großartig nicht das, was wir alle wollen? Niu. Ja, ihr seht, es geht, wie gesagt, um diese Follower. Das ist halt unser Fortschritt sozusagen. Man kann das einfach auch mit jedem belieben anderen Wort ersetzen. Nennt es Fortschrittspunkte oder was auch immer. Oder Experience und man muss Level steigen. So kann man das genauso sehen. Also, denke, da sollte man sich nicht drauf aufhängen. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien. Ja, und damit nochmal recht herzlich willkommen zum Let's Play von The Crew 2 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Sehr schön. Und wir sind vom Anonymen zum Neuling aufgestiegen. Cool, es ist jetzt offiziell. Wir haben groß abgeräumt. Wir müssen uns immer noch beweisen. Aber das ist okay. Du weißt, wir haben es drauf. Und wir haben die Wahl. Boote, Flieger, eine Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt und wir können überall einmal abbeißen. Es geht um Street-Racing, Offroad, Pro-Racing, Freestyle. Wir können mit jedem eine Testfahrt machen oder von mir aus mit allen. Wähl einfach, womit du anfangen willst und los. Herzlich willkommen zur Motor-Nation. Wir haben jetzt vier Möglichkeiten, die Sache ins Rollen zu bringen. Es ist deine Wahl. Womit sollen wir anfangen? Ja, meine Damen und Herren, das ist nämlich auch so ein ganz großer Punkt. Ich hole euch einfach mal an der Stelle ab, für die Leute, die es eben nicht wissen. Ich kann ja nicht immer sagen, wer hat die Bilder gesehen, wer nicht. Ich denke mal, es gibt einige, die bewusst darauf verzichtet haben. Deswegen an dieser Stelle Entschuldigung. Aber ich hole euch jetzt einfach mal ab. Also es gibt eben diese vier Hauptdisziplinen. Wir haben halt einmal eben im Prinzip das Street-Racing, wie es ja auch steht. Wir haben einmal Freestyle. Wir haben einmal Offroad. Und wir haben einmal Pro-Racing. Und jetzt sehen wir halt hier zweimal Auto, einmal Flugzeug, einmal Boot. Das kann sich durchmischen. Genauso auch gibt es ja noch Motorräder, Monster-Trucks, alles mögliche. Das heißt Pro-Racing, da kommen auch später richtige Rennwagen auf Rennstrecken zum Beispiel dazu. Bei Street-Racing kommt zum Beispiel Trift irgendwann dazu. Also das wechselt ein bisschen durch. Das sind wirklich Hauptkategorien. Deswegen von den Symbolen am Anfang nicht irritieren lassen. Ich werde versuchen, mit Let's Play eine gute Mischung zu machen. Ich möchte alles irgendwie zeigen. Und deswegen werden wir natürlich das eine oder andere ein bisschen mehr machen am Anfang vielleicht dafür. Aber das andere dann halt ein bisschen später nachholen. Trotzdem versuche ich eine gute Mischung reinzukriegen. Und ich weiß, ich soll nicht so viel schnacken, sondern mehr machen. Wir fangen aber mit Street-Racing an. Ich denke, das liegt am nahesten. Und das ist, glaube ich, auch so das, mit dem man am besten aufsteigen kann. Deswegen gehen wir jetzt einfach zur Street-Racing-Prüfung. Und wir könnten ein Gratisfahrzeug abholen. Dann machen wir das doch. Ja, wen haben wir denn hier? Ich häussele Trail. Ich bin das inoffizielle Begrüßungskomitee für die Street-Racing-Familie. Wir tunen unsere Kisten, führen sie vor und fahren sie. Wenn sich das für dich verlockend anhört, musst du mir etwas zeigen. Ich leihe dir einen Wagen, aber fahren musst du selbst. Gewinnst du, bist du dabei. Denk daran, der ist nur geliehen. Keine Kratzer. 3, 2, 1. Ja, hat gefehlt. Genau so betont. Und ja, ich muss schon sagen, in Amerika sind die Leihwagen echt gut geworden. Wir haben im ersten Event jetzt gerade vorher schon einen netten Leihwagen gehabt. Und jetzt haben wir schon wieder einen netten Leihwagen. Ja, ich weiß, es ist das selbe Fahrzeug, der Porsche 911 GT3 RS. Baureihe 901. Und ja, wie gesagt, das finde ich gut. Also da gehe ich auch mal nach Amerika, wobei das eigentlich nicht so ein typischer amerikanischer Leihwagen ist. Da würde eigentlich eher Camaro besser passen, was man auch gesehen hat. Oder ein Mustang oder so. Aber jetzt müssen wir erst mal hier uns beweisen. Wir müssen jetzt erst mal zeigen, dass wir hier Fuß fassen können in dieser Street Racing Szene. Und wenn wir das dann getan haben, dann dürfen wir uns ein Gratis-Fahrzeug abholen, was ja sehr schön. Gut, wir haben eh groß kein Geld. Da müssen wir mal ehrlich sein. Ich versuche natürlich im Let's Play sehr abwechslungsreich die Fahrzeuge durchzuwechseln. Da bin ich ganz ehrlich. Aber es wird zu Beginn nicht so einfach sein, Leute. Also ich würde euch darum bitten, auch jetzt nicht in den Kommentaren zuzuspam. Rave für dies, für das. Ich werde euch schon konkret darauf hinweisen, wenn ich sage, hey Leute, was sollen wir tun? Euch da ein bisschen mit einbeziehen. Aber jetzt hier am Anfang des Let's Plays, lasst mich einfach das Spiel genießen. Wie jeder andere auch. Einfach Spaß haben. Und ja, man muss nicht immer alles hinterfragen oder fordern. Ja, ich denke, jeder darf selber gerne das Spiel selber sehen, spielen, erleben. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Und ich glaube, wenn man das Let's Play schaut, dann heißt es ja nicht, dass man für eines spielen muss. Sondern ihr wollt ja sehen, wie jemand anderes das Spiel spielt und dann entsprechend auch vielleicht andere Fahrzeuge nimmt, kauft, etc. Wisst ihr Bescheid? Wir gewinnen das Ganze. So muss es sein. Okay, du hast es geschafft. Komm mit. Ich habe etwas, was dir sicher gefallen wird. Oh, was mir jetzt hier gefallen wird. Juhu, zuerstes Money. 9000 Buckets. Willkommen zur Street Racing Familie. Nice. Du bist echt gut gefahren. Du hast dir dein Ticket zum Spot verdient. Da hängt immer die Street Racing Community ab. Ich gehöre zu denen, die die Sache legal machen wollen. Falls du das auch willst, könnten wir uns ja helfen. Dieser Bursche hingegen will, dass wir auf der Straße bleiben. Er heißt Edgar Marquez, aber nenn ihn lieber Thio. Er ist hier der ungekrönte Champion, der König der Viertelmeier. Nimmst du es mit ihm auf, dann wird dir das alles abverlangen. Auch das, was ich dir noch beibringe. Du hast Talent, aber das Können fehlt dir. Siehst du diese Autos? Eines davon gehört dir. Als Belohnung für deinen Sieg. Die anderen bekommst du allerdings nicht so leicht. Du musst sie kaufen. Gewinne Rennen, erlange Ansehen und dir stehen alle möglichen Spielzeuge zur Verfügung. Drifter, Dragster, egal. Du musst fahren und gewinnen. Jetzt schnapp dir deinen Wagen und zeig, was du drauf hast. Ja, er hat mal wunderschön auch die vier Disziplinen der Street-Racing-Szene gesehen. Ich blende mich natürlich wieder ein. Ähm, genau. Und da hat man eigentlich auch schon die vier Kategorien. Ja, und dafür immer ein Musterbeispiel von Fahrzeug. Also hier haben wir ganz normal das Street-Racing. Dann gibt es Drift. Das schalten wir dann als nächstes frei, wenn wir ein bisschen bekannter werden, ein bisschen mehr Follower haben. Also schön hier abonnieren, ja. Damit wir hier weiterkommen. Dann Track Race, da bin ich auch mal sehr gespannt. Und danach kommt Hypercar. Das ist eine eigene Kategorie. Und hier haben wir ja auch schön den Regera schon stehen. Und da gibt es natürlich viele böse Fahrzeuge. Wir können ganz kurz mal reingehen, was für Hypercars es gibt. Ich glaube, das interessiert schon einige. Ähm, da müssen wir einen Kultrang erreichen. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber das werden wir schon noch sehen, denke ich. Ähm, und dann eben gibt es hier Veneno. Dann finde ich ein bisschen schade, dass das 4, 5, 8 Speziale bei den Hypercars ist. Gut, er steht vielleicht kurz davor. Aber für mich ist es eigentlich eher ein Supercar. Nichtsdestotrotz dann noch 9, 18 Spider. Ähm, hier Agera R, auch sehr geil. Dann Ford GT. Auch eher eigentlich ein Supercar, meiner Meinung nach. Celine S7, Twin-Turbo immer noch. Äh, McLaren F1. Äh, Pagani, Y-Ra. Ihr seht's. Aventador, auch eher ein Super-Sportwagen. Meiner Meinung nach auch 12C. Gut, die haben einfach ein paar mehr Super-Sportwagen hier auch noch reingemacht. Gut, sonst wäre, glaube ich, die Auswahl auch ein bisschen gering. Wobei, der ist schon geil, oder? Der Jaguar C-75 Concept. Also, hat schon was. Sonder F gibt's noch. Und MC-12 Maserati. Also auch so ein bisschen ältere Fahrzeuge mit dabei. Finde ich cool. Also, da gibt's schon eine schöne Auswahl. Aber wir müssen natürlich jetzt ganz unten anfangen. Und holen uns natürlich ein Gratis-Fahrzeug ab. Da gibt's wahrscheinlich drei Stück. So ist es. Der Mazda MX-5. Dann den Ford Mustang GT Fastback. Und dann noch den Audi TT RS Coupé. Ich hab tatsächlich mal alle ausgetestet. Und ich muss sagen, der TT fährt sich natürlich tatsächlich auch dank dem Allrad einfach am einfachsten. Ich muss allerdings sagen, ich werde wahrscheinlich den Mustang nehmen. Ich meine, wir sind in der Motor Nation USA. Und irgendwie ist das doch sinnbildlich mit dem Mustang durch die USA fahren. Ich glaube, das ist ganz cool. Wir können trotzdem mal gucken, was es sonst noch so alles gibt. Also, die Auswahl ist schon groß. Genau. Hier gibt's sogar Vorbesteller-Fahrzeuge. Hier Harley-Davidson Iron 883. Könnte ich jetzt auch quasi direkt von Anfang an nehmen. Also ein Motorrad ist in der Kategorie auch möglich. Man kann Motorrad gegen Auto fahren. Ja, das ist möglich. Ihr seht, die Auswahl ist hier in dieser Kategorie schon riesig. Ich glaube, wir haben auch nochmal ein Fahrzeug, welches wir in Aston Martin müssten wir eigentlich, glaube ich, auch bekommen haben. Aber da müsste ich jetzt gerade mal schnell schauen. Season Pass. Gut, den habe ich eigentlich auch. Also den dürften wir theoretisch auch verwenden. Genau, den hier haben wir über den Club freigeschaltet. Den könnten wir zum Beispiel auch schon verwenden. Also ich glaube, wir haben schon ein bisschen eine Auswahl. Hier gibt's auch nochmal einen Kultrang. Ähm, auch sehr geil. Also da gibt's Auswahl ist riesig. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, so oder so ein Gratis-Fahrzeug auswählen. Und das machen wir jetzt einfach auch ganz schnell. Und dann gucken wir doch einfach mal. Achso, das fängt von da an. Nee. Okay, also wie gesagt, wir nehmen den Mustang. Grund habe ich schon genannt. Ähm, wir nehmen als Farbe mal so ein Rot wäre geil, oder? Das ist so, das ist so ein Standardrot, aber das ist so ein, weiß nicht, wie man das nennt. Aber das, ich find's cool. Ich nehm das jetzt einfach mal. Äh, Felgen nehmen wir die hier. Und, okay. Mehr machen wir. Muss sein, GT-Farsberg wurde als Fahrzeug gewählt. Sehr schön. Zwölf neue Aktivitäten. Cool. Weißt du noch, wie wir unsere Karren pimpen wollten? Jetzt haben wir alles, was wir brauchen im Haus. Aber kein Flammenmotiv, okay? Nee, das mit Flammenmotiv ist schon ne Weile her. Das erinnert mich an meine alten Need for Speed-Tag in Underground 1 damals, als es neu war. Da waren schon Flammenmotive auf meinem Fahrzeug drauf. Auf meinem Nissan Skyline. So, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und, ähm, ja, jetzt könnten wir, das ist ja, glaube ich, im selben Ding. Ich würde sagen, wir machen mal einen Wegpunkt und wir fahren da mal hin, oder? Ich meine, wir haben eine Open World. Warum immer Blitzreise machen, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Mit unserem, äh, niegelnagelneuen, muss sagen. So, wir haben hier noch einen Text-Chat. Wir sind ja jetzt in dieser Open, Online-Open-World. Deswegen machen wir den jetzt mal weg hier. Den brauchen wir nicht. Da haben wir halt das gute Teil. U-sala, aua. Da haben wir ein paar Kratzer dran gemacht. Das konnte ich gut. So, wir können auch in der Cockpit-Sicht fahren. Und ich hoffe ja wirklich, dass sie das irgendwie mal noch nachpatchen, dass die Rückspiegel tatsächlich, äh, animiert sind. Ich meine, ein bisschen animiert sind sie ja. Ja, man sieht schon so ein bisschen, was hinten ist. Aber halt total verschwommen. Ein bisschen schade, um Ressourcen zu sparen. Äh, also Rechen-Ressourcen, aber... Komm, der PC, der kann das. Ja, könnt ihr ruhig machen. Egal. So, wir fahren wahrscheinlich in diesem Spiel sowieso die meiste Zeit hier in diese Außensicht. Weil einfach in einer Card-Game spiele ich einfach viel lieber in so einer Sicht. Das ist einfach übersichtlicher. Sobald es dann eben zu Simulation geht, dann natürlich in einer Cockpit-Sicht. Aber natürlich, hin und wieder werden wir trotzdem mal in die Cockpit-Sicht schalten. Uiuiui. Ja, Musaq fährt sich schon, also es fährt sich schon speziell. Wie gesagt, der Audi ist so die einfachste Variante. Der Mazda ist auch nicht schlecht. Ist aber, finde ich, ein bisschen zu schwach am Anfang auf der Brust. Und ja, ich weiß nicht. Mazda werden wir noch sehen. Sagen wir es so. Mazda werden wir noch genug sehen, glaube ich. Du kannst die Karte öffnen, um zu sehen, ob irgendwo Aktivitäten verfügbar sind. Du kannst aber auch einfach rumlungern. Ja, wir lungern einfach rum hier jetzt in der ersten Folge. Ja, wir werden jetzt, ich denke mal, noch ein, zwei Rennen werden wir auf jeden Fall noch machen. Wir werden auch mal unserem Haus einen Besuch abstatten. Wobei, das werden wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge tun. Da können wir nämlich dann auch unser Auto pimpen. Da können wir auch unser Character aussehen. Noch mal ein bisschen anpassen, zumindest mal die Klamotten. Jetzt fahren wir erstmal hier zum ersten Rennen. Keine Sorge, wir werden nicht zu jedem Rennen fahren. Aber jetzt gerade, das ist jetzt hier in der Nähe. Ein bisschen wollen wir ja auch die Open World mitnehmen. Ein bisschen das Auto kennenlernen. Das muss ja nicht schaden. Genau, hier können wir dann wechseln. Wenn wir dann die anderen Fahrzeuge freigeschaltet haben. Oder da überhaupt ein Fahrzeug besitzen. Und auf geht's. Da sind wir. Sehr schön. Das Spießer-Auto. Street Race. Da gehen wir doch mal hin. 2.100 Follower können wir bei dem Rennen gewinnen. Ist schön, dass man das im Vorfeld schon weiß. Sieh sich einer den Neuen an. Glaubt, er kann absahnen und einfach rausspazieren. Ihr fahrt für Autos. Klar muss der danach zu Fuß gehen. Genau darum dreht es sich bei vielen von denen. Die Wagen, die Leute, die Party. Kein Wunder, dass die nicht legal werden wollen. Es dauert, bis mehr Leute so denken wie ich. Aber Zeit habe ich. Sieh dir nur diese Autos an. Ein verdammt geiler Fuhrpark steht da draußen. Aber weißt du, worauf unser Freund ein Auge werfen sollte? Auf den unscheinbaren da drüben. Hä? Der macht nicht viel her. Muss er nicht, wenn er die richtige Art Monster unter der Haube hat. Und wenn ihr nicht aufpasst, frisst euch dieses Monster auf. 3 2 1 Go! Man, das Go fehlt. Eindeutig. So, wir kürzen hier direkt mal ab. So, ja, damit wollten sie jetzt in diesem Video oder Einführung zeigen, dass halt eben das Äußere hier im Spiel nicht entscheidend ist, sondern dass es halt auch Tuning gibt. Und dementsprechend auch die Fahrzeuge, wenn sie unscheinbar sind, sehr, sehr viel Leistung haben können. Allerdings ist es eigentlich schon mehr oder weniger so ähnlich wie im Vorgängerteil, oh mein Gott, dass es so quasi ein Progress-System gibt beim Tuning. Das heißt, Tuning-Teile haben verschiedene Level. Je höher das Level, desto besser das Teil. Und, äh, also es gibt kein so wirkliches, ich kaufe jetzt mir einen Renn-Sport-Filter und ein Sport-Fahrwerk oder so, sondern es sind wirklich einzelne Teile, die dann im Level einfach höher sind wie das vorherige Teil in der Hoffnung. Und dann kann man dadurch das Fahrzeug besser machen. Und des Weiteren ist auch so, wenn man in derselben Klasse bleibt, also Street-Racing, kann ich jetzt zum Beispiel die Teile, die ich hier im Mustang habe, äh, von mir aus in 9-11er einpflanzen oder so. Also auch das ist möglich. So, jetzt gucken wir nochmal, dass wir hier nach vorne kommen. Wieso, wir sind schon vorne, aber uns ein bisschen vielleicht einen Vorsprung rausfahren können. Uiuiui. Ja, ein bisschen hecklastig der, der Gude hier. Und wir fahren mal hier den Weg. Geheim Weg! Und jetzt nutzt die KI auch. Upsch. Ja, das Spiel ist zwar always online, aber dennoch fährt man natürlich gegen KI-Gegner. Man hat aber die Möglichkeit immer mit seinen Kollegen, mit einer Crew aus vier Leuten, also einen selbst mit eingeschlossen, also drei weiteren Personen das Ganze auch zu fahren. Und damit auch Progress zu machen. Man kann natürlich jedes Rennen so oft fahren, wie man möchte. Also da hat man absolute Freiheit. Aber wie gesagt, man kann einfach auch alleine spielen. Trotzdem wird halt eine Online-Verbindung verlangt. Da kommt man nicht drum rum. Das einfach schon mal als Hinweis an die Sorgstelle. So. Zack. Ja, optisches Tuning kostet auch Geld. Selbst eine Lackierung kostet tatsächlich Geld. Also wenn ich selber jetzt hier ein Design auf mein Fahrzeug mache und der Design-Editor ist wirklich mächtig in dem Spiel, dann kostet es mich tatsächlich Geld. Ja, also macht ja auch Sinn, ne? Verlierung, auch wenn ich sie mir selber designe. Wenn das mir dann halt ein Verlierer drauf macht zum Beispiel, dann kostet mich das normalerweise Geld. Und dem ja eigentlich okay. Aber ich glaube einfach über einen langen Spielzeitraum sind optische Geschichten hier nicht das, was ins Gewicht fällt, sondern neue Fahrzeuge zu kaufen. Das ist glaube ich die teure Geschichte einfach in dem Spiel. Das ist am Anfang jetzt noch ein großes Hexenwerk, aber ich glaube mit der Zeit werden wir keine Geldsorgen haben. Also gehe ich jetzt davon aus hier im Spiel. Aber naja, schauen wir einfach mal, lassen wir uns überraschen. Wir fahren jetzt durchs Ziel und gewinnen unser erstes Rennen in unserem eigenen Fahrzeug. Sehr schön. Und 2.100 Follower, nice! Hey, sieh mal, wir haben Beute dafür gekriegt. Hol sie dir. Wir können sie sicher brauchen. Die Beute besteht aus Teilen, die wir fürs Tunen nehmen können. Also immer her damit. Street Racing ist nicht neu. Es hat nicht mit uns begonnen. Einige sagen, es hat in den Zwanzigern mit den Schnapsschmugglern angefangen. Wir mussten dem Zoll entkommen, also haben sie an ihren Autos rumgeschraubt, um schneller zu werden. Diese aufgemotzten Roadster und Stockcars? Da gibt es eine direkte Linie zu unseren Straßenmaschinen von heute. Und von den Fahrern zu uns. Ist das geil! Bisher hatten wir nur grüne Beute, aber die andersfarbige bringt noch cooleres Zeug. Ja, wir haben direkt nach dem ersten Rennen, er hat es im Prinzip jetzt hier schon gesagt, eine seltene Beute bekommen. Also es gibt natürlich, eigentlich so wie man es vom RPG-Spielen kennt oder so von Online-RPGs, so verschiedene seltene Beute. Grün, blau, lila. Und so ist es hier tatsächlich auch. Und ja, hier sind auch nochmal ein paar Erklärungen. Und eben diese Teile haben wir jetzt bekommen. Hier eben lila oder pink, wie auch immer. Episches Teil. Hat zwei Bonus-Sachen. Können wir gerade mal kurz drauf eingehen. Wir haben jetzt einmal wendig. Steigert die Ausweichtoleranz des Fahrzeugs um 1,4 Prozent. Und matschig. Verringert Stöße und Geschwindigkeitsverlust um 2,6 Prozent. Also er hat halt zwei Boni, extra Boni nochmal, nachdem das Teil auch eben auf Stufe 125 ist. Hier haben wir jetzt ein blaues Teil. Das seht man eigentlich direkt. Das ist ein B, also dieses Bucket B und so ein Pfeil nach oben. Also auch das hier haben wir. Und dann haben wir eben noch ein grünes Teil. Das sind so die Standardteile. Die bringen keinen extra Bonus. Und das haben wir jetzt halt direkt im ersten Rennen bekommen. Und so kann man eben ubleveln. Aber wie gesagt, diese Teile könnte ich jetzt auch in ein weiteres Fahrzeug einbauen. Mache ich das jetzt einfach, mache ich so, nehme ich das weg und dann kann ich das für ein anderes verwenden. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man in der Kategorie nicht immer für jedes Fahrzeug wieder neu leveln muss, sondern man kann quasi mit einem Fahrzeug in einer Kategorie fahren und das dann ins nächste einbauen. Also das finde ich nicht schlecht. Ich glaube über den längeren Zeitraum macht es auch Sinn. Nichtsdestotrotz sind wir für heute raus. Oder was heißt für heute? Für diese Folge raus. Für heute sind wir noch lange nicht raus. Ihr könnt auf jeden Fall auf einige Folgen heute hoffen am Vor-Release-Tag von The Crew 2 für die Gold-Spieler. Und ja, ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein. Machen wir gar nicht so lange. Ich bin raus. Bis zur nächsten Folge. Also schaltet da auch wieder ein, wenn euch das gefallen hat. Däumchen nach oben. Würde ich mich freuen. Ich bin, wie gesagt, raus für heute. Beziehungsweise für die Folge. Für die Folge. Für die Folge. Es kommt gleich nochmal eine Folge. Tschaui.